Paris Jackson sorgt im Netz immer wieder mal für Aufsehen. Die Tochter vom King of Pop, Michael Jackson, erklärt jetzt auf ihrem Instagram-Account, warum sie so gerne nackt ist. Neben diesem sexy Schnappshows, auf dem sie nur eine knappe Hotpants trägt, teilt Paris ihren Fans mit, dass sie sich dadurch mit der Natur verbunden fühle. Nacktheit hat als Zurück zur Naturbewegung begonnen und um Freiheit und Gesundheit auszudrücken. Sie wurde sogar als Philosophie bezeichnet. Nackt sein ist ein Teil davon, welcher uns menschlich macht. Ich für meinen Teil fühle mich dadurch stärker mit der Natur verbunden. Ich bin normalerweise nackt, wenn ich im Garten arbeite. Es ist eigentlich etwas Schönes und man muss es nicht auf eine sexuelle Weise machen, so wie es viele Hollywoodstars und auch die Medien tun. Wer also die 19-Jährige mal im Eva-Kostüm sehen möchte, der braucht nur persönlich einen Blick über ihren Gartenzaun werfen. Gehen die 20-Jährige mal im Rahmen des Schrauz. ICHE und Einwesen nachdenken,